Es ist immer die gleiche Erzählung. Eine Gruppe mit bösen Absichten verfolgt einen geheimen Plan. Wer das sein soll und was genau der Plan ist, ist austauschbar. Verschwörungstheorien reagieren dabei auf Ängste, die vorher nicht greifbar waren und nun durch die Verschwörungstheorie ein Gesicht bekommen. Sie sind auch Reaktion darauf, dass manche Menschen die Welt als relativ undurchschaubar wahrnehmen. Das ist auch einer der Gründe dafür, warum gerade Verschwörungstheorien zu Corona dermaßen boomen. Zum einen ist es so, dass Wissenschaft bzw. Medizin und Politik als relativ unzugängliche Bereiche wahrgenommen werden. Darüber hinaus ist es so, dass viele Menschen zwar die Folgen der Einschränkungen sehr direkt zu spüren bekommen, aber gerade durch die Maßnahmen nicht die Folgen des Virus selbst im eigenen Umfeld erleben müssen. Das wird in der Wissenschaft auch als Präventionsparadox bezeichnet. Es ist in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart durchaus zu beobachten, dass Verschwörungstheorien aus politischem Kalkül verbreitet werden. Das muss aber nicht immer so sein. Unvermittelt entstehen sie aber auf keinen Fall. Verschwörungstheorien sind eingebettet in geschlossene Weltbilder, die ihre Wurzeln in radikalen Ideologien haben können. Es ist auch nicht davon auszugehen, dass eine Person ganz plötzlich zu 100 Prozent irgendeiner total abstrusen Verschwörungstheorie glaubt und alles in Frage stellt. Es handelt sich eher um einen Prozess, in dem sich eine Person schrittweise dieser Art zu denken annähert. Nein, natürlich nicht. Es kann natürlich immer sein, dass neue Erkenntnisse herauskommen und sich die gängige Meinung ändert. Eine Verschwörungstheorie wird aber nicht zur Wahrheit, nur weil sie laut genug herumposaunt wird. Etwas anderes ist es mit den Folgen von Verschwörungstheorien. Es gibt in der Soziologie das Thomas-Theorem, das besagt, Das bedeutet, eine Verschwörungstheorie verändert zwar nicht die Realität, ihre Folgen können aber durchaus sehr real sein. Ob es heute mehr Verschwörungstheorien gibt und ob diese einflussreicher sind als früher, ist eine Frage, die sehr schwer zu beantworten ist. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass sie durch das Internet sichtbarer werden. Wir sind in unserem Alltag zunehmend mit Verschwörungstheorien konfrontiert, gerade über Social Media. Wie jeder Einzelne und die Gesellschaft als Ganzes damit umgehen soll, das ist sehr schwer zu beantworten und eine große Herausforderung. Eine Lösung habe ich dafür natürlich auch nicht, aber was ich auf jeden Fall wichtig finde, ist anzuerkennen, dass es sehr kräftezehrend sein kann, über Verschwörungstheorien zu diskutieren, gerade im eigenen Bekanntenkreis. Zumal die Diskussion oft nichts bringt. Eine Verschwörungstheorie ist eben nicht einfach nur eine andere Meinung, sondern sie stellt die bekannten Fakten grundsätzlich in Frage und auch die Art und Weise, wie diese entstehen. Gibt es Gegenbeweise, wird im Zweifelsfall behauptet, diese seien nur gefälscht oder von den Medien absichtlich verbreitete Fehlinformationen. Als Privatperson kann ich selber entscheiden, wann ich über Verschwörungstheorien diskutieren möchte und wann nicht. Ich darf auch klare Grenzen setzen. Ein wichtiger Punkt ist natürlich Transparenz und das Schaffen von leicht zugänglichen und verständlichen Informationen. Ein Allheilmittel ist das jedoch auch nicht. Selbst wenn beides gegeben ist, wird es trotzdem noch vorkommen, dass Menschen an Verschwörungstheorien glauben. Mittelfristig kann die Gesellschaft gegen Verschwörungstheorien vorgehen, indem sie unter anderem Medienkompetenzen fördert. Menschen jeder Altersstufe sollten lernen, wie sie Informationen beurteilen, wie sie an verlässliche Informationen kommen, wie sie Verschwörungstheorien erkennen können, wie sie ihren ideologischen Background und ihre Strategien durchschauen und wie sie sie einordnen können. Beides Mohr In der obligatorischen Verfassung In der obligatorischen Verfassung In der obligatorischen Verfassung Vielen Dank.